Nach dem Neptun 4 und dem Neptun 4 Pro hat Elego nun vor einigen Tagen den ersten Teaser zum Neptun 4 Plus veröffentlicht, welchen ich hier heute genauer analysieren werde, da man daraus doch so einiges entnehmen kann. Zum 5-jährigen Jubiläum hat Elego auf Facebook am 8. September ein Gewinnspiel gestartet. Den Link hierzu findet ihr in der Beschreibung. In dem Post wird als erster Preis ein Saturn 3 Ultra, welcher schon auf dem Markt ist, oder ein im Moment noch nicht erhältlicher Neptun 4 Plus angegeben. Da die Gewinne Ende September bekannt gegeben werden, könnte man hier schon vermuten, dass somit der Drucker bereits in 2-3 Wochen verfügbar sein könnte. Neben dem Text wurde noch ein Bild der Preise gepostet, welches eindeutig einen neuen FDM Drucker enthält. Eine Kombination aus dem Neptun 3 Plus und dem Lüfter des Neptun 4, aber in einer neuen, eher grünlicheren Farbe. Da wir nun ein Bild vor Augen haben, können wir uns auch schon ein paar Spezifikationen ableiten. Wie der Neptun 3 Plus dürfte er auch der Neptun 4 Plus eine Druckfläche von 320 auf 320 mm haben. Analog zum Neptun 4 hilft es sich durch den zusätzlichen, an der X-Achse montierten Lüfter, die Höhe des Bauvolumens um 15 mm verkleidern. Somit ist mit einer maximalen Druckhöhe von 385 mm zu rechnen. Aufgrund der höheren Breite dürften an der X-Achse 5 bis 6 Lüfter statt in 4 Stück beim Neptun 4 verbaut sein. Die obere Querverbindung des Portals ist sichtlich aus Metall und nicht aus Platt. Somit kann hier, wie beim Neptun 4 Pro, mit einer frei positionierbaren Filamenthalterung gerechnet werden. Wenn man ganz genau auf seinen Druckkopf schaut und der Bilde des Neptun 4 und 4 Pro vergleicht, so ist es zwar sehr verpixelt, aber man kann erkennen, dass hier V-Räder aus Gummi statt in Metallrädern bei dem Neptun 4 Pro verbaut sind. Ansonsten ist der Drucker vom Aufbau genau wie der Neptun 3 Plus und es sind zusätzliche Stützen zur Stabilisation des Portals angeboten. Von einer Powerlust-Recovery ist dabei auszugehen, da die speziell über längeren Druckprojekten, welche man auf solchen größeren Drucker durchführt, besonders relevant ist. Analog zum Neptun 4 Pro sind schlussendlich auch Druckgeschwindigkeiten von bis zu 500 mm pro Sekunde zu erwarten. Und mit etwas Glück gibt es sogar das Druckbett mit mehreren Heizkreisen. Insgesamt sagt dieser kleine Teaser also schon sehr viel zum neuen Drucker und ich erwarte in den nächsten Wochen weitere offizielle Informationen. Bis dahin auf jeden Fall das Abonnieren nicht vergessen, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und schreibt gerne eure Gedanken zum Neptun 4 Plus in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.